Hallöchen, hier ist der Guzoa. Jetzt bin ich wieder da. Wir haben es Donnerstag, 23.07. Und wir möchten uns mal jemanden anschauen und zwar... Wollte der Tim gecheckt werden, der ist Anführer. Was kann man zum Tim sagen? Tim ist... Ja, Rathaus 8. Grundsätzlich wäre ich noch nicht hochgegangen auf Rathaus 8. Aber gut, wie gesagt, braucht man nicht sagen, warum, warum, warum. Ist nun mal so fertig aus. So, wir gucken. Ich habe jetzt nämlich meine Listen. Ich habe mehrere Listen und kann das halt eben alles ein bisschen genauer analysieren, bis wo man was hat. Und das ist dann doch ein bisschen einfacher. Mir geht es nämlich darum, mit den Magiaturmen bin ich wirklich immer so ein bisschen... Wie war denn das? Wie war denn das? Wie war denn das? So, und zwar, Rathaus Level 8 könnten wir in 5er-Dings haben. Davon sind wir natürlich weit entfernt. Das hier ist ein 3er. Und ich muss mal gerade gucken, dann hätten wir da wenigstens beim 7er auf 4 maxen können. Und das wäre auch gut gewesen. Also, auf keinen Fall höher gehen. Momentan. Auf keinen Fall. Jetzt gucken wir uns mal so grundsätzlich den Aufbau an. Das mit dem Einzelschaden vorne, Flächenschaden hinten, vollkommen richtig. Hier sehen wir aber auch wieder was. Ich meine, klar, es ist relativ, ich sage jetzt mal, relativ schwierig. Wenn man jetzt zum Beispiel auch Level 60 bummelig ist, dann wird es relativ schwierig sein, hier reinzukommen. Aber, Fakt ist, wenn man dann einmal drin ist, kann man alles nehmen. Stell das bitte um, dass du das wirklich so machst, dass du es wenigstens einmal, wenn nicht sogar zweimal teilst. Also, sprich, in dem Fall viertelst. Ich weiß, Mauern sind rar und so weiter und so fort, klar. Aber, du hast ja durchs Rathaus Update gerade nochmal ordentlich Mauern dazu bekommen. So ist es ja nun nicht. Dann würde ich sagen, ja, das ist hier zu offensichtlich mit den Fallen, beziehungsweise mit Teslas, finde ich. Es ist meine persönliche Meinung. Ja, hier zum Beispiel hier, also, guck mal, also, nur, weil, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, wo kriege ich denn meine Mauern her, dass ich da doch irgendwie was machen kann. Klar, wenn ich hier natürlich langziehen möchte, muss ich das natürlich auch gleichzeitig größer machen, weil sonst passen natürlich meine Objekte nicht mehr rein. Das ist ganz klar. Aber, guck mal hier, du hast jeweils hier immer eine Mauer total verschenkt, total. Und dann die zwei, du bist ja schon immerhin bei sechs Mauern. Und dann eben irgendwie gucken, da noch was, irgendwie was wegknispern, knaspern und dann passt das auch. Dass du den King schon auf zwei hast, ist cool bei Level 62 auf jeden Fall. Das rockt ziemlich. Und ansonsten bist du auch ordentlich am Bauen. Also, du bist nicht irgendwie inaktiv so, naja, hier, hier passiert nichts oder so. Du hast alle drei Bauarbeiter zu tun hier. Zack, Minenwerfer, da hast du hier bestimmt genau Zauberspruchfabrik am Bauen. Und das ist ziemlich geil, auf jeden Fall. Die reißt auch wirklich gut was. Also, wirklich, wenn man dann erstmal Gift hat, ist das schon echt eine geile Nummer. Guck mal, Erdbeben, wie gesagt, bin ich ja jetzt momentan so. Ich hab's ja jetzt eh gerade am Upgraden. Deswegen kann ich jetzt eh nicht sagen, wie ist der Erdbebenzauber. Aber ich hab's ja beim Disiax gesehen, dass der schon ziemlich geil ist. Aber wie gesagt, da nochmal kurze Sache. Erdbebenzauber erstmal nicht Update nötig. Weil der schafft mit 1 genau dasselbe wie mit 4 zum Beispiel. Unnötig. So. Ansonsten sind die Mauern Silber für Level 62 vollkommen in Ordnung. Also, du wirst jetzt hier nicht so unterirdisch gefarmt haben. Ich hätte wirklich noch mit mehr gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, äh, das ist echt wenig. Warte mal. Da muss ich jetzt mal gucken, wie lange du am Zocken bist. Hübsch und ordentlich. Wo haben wir's? Hübsch und ordentlich. Da. Okay. Hab ich jetzt einen Denkfehler? Weil ich, ich find, das ist echt wenig an Ressourcen. Was sagt ihr dazu? Rein in die Kommentare. Ähm. Ich bin der Meinung, das ist vom Gold her echt mau. Das ist nicht viel. Würde ich sagen. Ansonsten, was natürlich mit Rathaus 8 auf jeden Fall sein darf, sind halt die Armeelager auf 6. Dass man da halt wirklich nochmal 20, äh, Angriffstruppen mehr hat. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten hier das so und so vollkommen in Ordnung. Wenn man jetzt sagt, oh, aber auf einer Seite, ja, egal. Äh, wir haben hier zweimal noch die Luftabwehr. Wir haben hier die Fläche noch. Alles cool. Also, das ist gechillt, vollkommen okay. Das passt. Ne, ansonsten ist das okay. Wie gesagt, ich würde das auf jeden Fall, also, mein Hauptaugenmerk wirklich im, in der Mitte nicht so frei alles stehen haben. Gucken wir nochmal. Ich meine, klar, man kann nicht die Accounts miteinander vergleichen. Man kann nicht sagen, naja, hier, guck mal hier. Ich mit meinem 100 Level, äh, 123 Account. Aber ich hab mich halt dafür entschieden, wirklich komplett DLX komplett zu saven, komplett sicher zu machen. Zu sagen, gut, okay, komm, hier greift mich keiner an. Ich guck mal gerade rein, aber ich glaube, ich hab in der letzten Zeit verteidigt, da, da war gar nichts. Also, da hat mich gar keiner angegriffen. Das hier ist so Pille-Palle. Hier ist, passiert gar nichts. Hier, schade, ich kann's euch leider nicht zeigen. Der hat mir ganz schön was, äh, weggeknuspert. Aber, der kleine King Osama hat natürlich auch schon ein ordentliches Level. Also, ich meine, ganz ehrlich, wenn man von dem ein bisschen was auf den Po kriegt, dann kann man froh sein, dass es nicht auf dem Rücken war und der Rücken gebrochen ist. Ich glaube, ihr versteht mich. Dann haben wir hier jetzt den Sumo 9. Mal gucken, mit Level 90. Das ist, also hier sehen wir, für mich so das erste Indiz, hier der Magier-Turm 7, also muss er 9 sein. Dann natürlich die Expos, also er ist definitiv 9 oder höher, klar. Aber ich glaube schon, dass er, ja genau, da ist er 9. Aber dieses Rathausraten ist wirklich eine coole Sache, wo man wirklich sagt, ah, scheiße, wo, wo dran machst du das fest, wo, wie ist das so? Also wirklich, wenn man sonst so, klar, wenn man es jetzt guckt, ah ja, Rathaus 9, hm, okay. Das ist so eine Sache, finde ich cool. Ansonsten, Level 90, da sind die Mauern schlecht. Da sind die Mauern, äh, ja, wie soll ich sagen, die könnten schon auf komplett 8 sein, aber dafür muss man sagen, gucken wir uns die Minenwerfer an, die sind alle gemaxed. Der erste Magier-Turm schon auf 7, die Expos gemaxed, das ist mega geil. Und da sage ich dann ganz ehrlich, hey, kommt, alles easy, dann ist das mit den Mauern von der Relation her vollkommen in Ordnung. Wobei, ich komme jetzt wieder mit meinen Zettel, hä, aber ich finde das so geil. Ähm, nur das, um, um das mal zu verdeutlichen, wir haben die 7er-Mauern, so. Und da haben wir einfach mal, also ich brauche nicht sagen, oh, hier ein Gegner mit, äh, 6er-Mauerbrechern greift die an, sondern 5er ist eher so Standard, sage ich mal. Ähm. Ähm, na, obwohl, da merken wir gar nicht so krass den Unterschied, weil, ich meine, hättest du theoretisch sogar noch, ja, das ist gar nicht, haha, jetzt komme ich. Bada bim, bada boom. Und zwar folgendes. Theoretisch hättest du dir sogar die 7er-Mauern momentan sparen können, weil, sind wir ja ganz ehrlich, wenn dich jemand mit 5er-Mauern angreift, dann braucht er genauso 2-Mauerbrecher wie bei einer 6er-Mauer. Von daher ist es, also, und, und daher seht ihr auch meinen Aspekt, warum ich gesagt habe, gut, okay, komm, äh, fuck you 9er-Mauer, gleich eine 10er rein. Weil es halt einfach wirklich mehr splasht und dann irgendwo auch mehr Sinn bringt. Weil, wie gesagt, theoretisch ist es so, die 6er-Mauern hätten genauso viel gebracht. Weil, standardmäßig wird man mit 5er-Mauerbrechern angegriffen, ist so meine Meinung. Mit 6er eher weniger, klar, im oberen Bereich dann natürlich mehr, ganz klar. Aber, das ist so eine Sache. Da hätte dann theoretisch die 6er-Mauer auch gereicht. Aber, wie gesagt, du hast die gesamten Kanonen gemixt. Dafür darf man schon mal klatschen. Ja, da gibt's auch so geile, da gibt's, kommt, äh, ich weiß, schade, es geht leider nicht, in den Kommentaren Bilder zu senden. Aber das wäre doch mal richtig geil. Könnt ihr aber in die, in die Facebook-Gruppe posten. Also, Guzoa bei Facebook einfach mal eingeben, da kommt er auf meine Seite. Und, ich will so ein paar, so eine, äh, nicht Videos, sondern Bilder, hier, wo zum Beispiel bei Merkel hier, da kann man schon mal klatschen, wo sie in der Hände klatschen. Ich, ich find das so geil, ich, ich steh da total drauf. Ihr habt das bestimmt auch gesehen, wenn ihr diese Facebook-Seite geliked habt, äh, hier und da kommt dann schon mal ein Video, was eben mega funny ist bei irgendwas, wo ich echt unterm Tisch liege und sage, boah, okay, da müssen andere auch drüber lachen. Finde ich mega geil. So, jetzt kommen wir aber zu deiner Base weiterhin. Den King hattest du? Naja, nee, kann man nicht sagen, hattest du. Äh, weil die Sache ist die, du bist ja schon eine ganze Weile auf Rathaus 9, sonst hättest du die Expos zum Beispiel nicht maxen können. Wäre gar nicht gegangen. So, was ist mein Tipp an dich? Mein Tipp an dich ist... Das gefällt mir richtig gut hier. Das gefällt mir richtig gut. Magiaturm, dahinter die Lager. Das ist ziemlich geil, das find ich schön. Muss ich sagen, find ich schön. Ich steh auf sowas. Äh, die Queen auf 6, vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Ähm, jetzt muss ich genau angucken. Luftabwehr auch in Ordnung verteilt. Das ist, da kommt man nicht so ganz easy peasy ran. Das ist voll in Ordnung. Genau, hier noch Upgrade auf 7er Lager, ganz genau. Hier hast du noch das 6er, da hast du schon 2 7er, um einfach besser angreifen zu können. Ne, das läuft. Das ist richtig cool. Das gefällt mir gut. So, jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Gemaxed, gemaxed, gemaxed. Truppenmäßig bist du schon richtig gut dabei und hast auch schon den Eilzauber. Richtig geil. Golem könnte halt noch auf 4. Und hier, der Bereich könnte noch. Ähm, Drach auf 4 kann man jetzt erst seit dem Upgrade. Aber, das ist vollkommen in Ordnung. Also, wie gesagt, ich hab ja auch wirklich Ewigkeiten in Golem auf 1 gehabt. Weil ich ihn halt nicht verwendet hab. Klar sieht's in der Statistik besser aus. Logisch, brauchen wir nicht drüber reden. Klar. Und auch für Spenden. Wenn wirklich einer sagt, oh je, ich will Go-White machen. Dann kannst du halt mal einen schönen, fetten 4er Golem raushauen. Klar. Ist auch nice. Aber, kostet halt auch alles ein bisschen Kohle. Deswegen guckt der Guzoa nach. Entwicklungskosten auf 4. 80k Dunkles. Da sitzt man eine ganze Weile. Und ihr wisst, man kann nicht mehr blitzen. Dauert auch 14 Tage. Ist das geil mit diesem scheiß geilen Zettel hier. Wenn ihr euch das auch machen wollt. Nur mal so nebenbei. Also, ich hab das. Ich halte das nochmal kurz hoch. Ich hoffe, man sieht. Ich kann es nicht versprechen. Ich habe mir das bei Clash of Clans Wiki mühselig rauskopiert. Also, ich könnte theoretisch die Bilder, also die Tabellen, könnte ich euch nochmal zur Verfügung stellen. Aber wie gesagt, ich sage von Anfang an, das ist nicht mein geistiges Wissen. Und ich möchte dazu sagen, wirklich Clash of Clans Wiki, richtig, richtig geil. Da, dass man das halt eben wirklich so gut hin und her bekommt. Und ein Mann frei. Also, richtig nice. So. Ansonsten. Wie gesagt, hier bei Sumo läuft das auf jeden Fall. Das passt. Das ist vollkommen in Ordnung. Was würde ich machen? Wie gesagt, wenn du jetzt sagst, gut, okay, komm. Ich will jetzt ein bisschen was in die Mauern investieren. Ist eine lohnende Investition auf jeden Fall. Zumal, ganz ehrlich, die Mauern kosten lächerliche 500.000. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Und. Ja, ich meine, klar, wenn man, wie soll ich sagen, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, jetzt bin ich soweit maxed out. Man könnte ja dieses Standard, diesen Standard sagen, oh hier, ich bin maxed out. Ist man ja nicht. Aber, oh cool, ich habe schon relativ viele Sachen auf maxed. Oh geil, ich bin maxed out. So. Und geh höher. Dann kriegst du es einfach mit den härteren Gegnern zu tun, logischerweise. Ganz klar. Und dann hast du viel weniger Bock, die Mauern noch abzugraden. Also von daher ist jetzt schon bald der richtige Zeitpunkt dafür. Was ich machen würde, ist die beiden auf 6. Also den natürlich erst auf 5 und dann auf 6. Und dann kannst du halt wirklich schön über Nacht deine 2K-Dunkles ziehen. Bäm. Das splasht richtig gut ab. Auf jeden Fall. Ich wurde, Digga. Ich halte mich da raus. Ich halte mich da raus. Wie gesagt, auch ganz wichtige Geschichte. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn es eben darum geht, oh, jemand wurde nicht angenommen oder wie auch immer. Wichtig ist, bitte stellt das nicht unbedingt mit mir in Verbindung, sage ich mal. Klar, ich bin in diesem Clan. Aber das ist nicht mein Clan, äh, hier, ich bin hier der Chef oder sowas. Klar, wenn ich natürlich Anführer drinne stehe, logisch. Aber, wie gesagt, nicht so sehr krass in diese Schiene bringen, so, oh, hier. Du, du, du. Das muss nicht sein. Nee, ansonsten passt das hier. Gucken wir uns den nächsten an. Ach nee, nebenbei. Ich kann ja nur einen Angriff machen. Ah, das wäre ziemlich geil. Aber das ist leider zu... Ah, aber... Ah, schade. Ich habe den King nicht dabei. Ich habe den King nicht dabei. Aber ich, ich, ich sage trotzdem, ich greife den an. Ich greife den jetzt an. Ich hoffe, ich verkacke es nicht. Gucken wir mal, ob irgendwo eine Bombe sitzt. Nee. Und jetzt vorsichtig mal mit zwei Riesen hier. Zwei Mauerbrecher. Ah. Nochmal zwei. Zack, okay. Immerhin. So. Dann. Riesen. Ah, ich, ich, ich mag dieses im Rangesoomten Zustand. Ich, ich finde das so geil. So, jetzt gucken wir mal hier, wenn die gerade beschäftigt sind. Ich will den Magier... Ja, das ist voll... Da sind die Mauerbrecher ausnahmsweise vollkommen richtig gelaufen. Da wollte ich es hinhaben. Und dann muss jetzt hier noch riesentechnisch richtig was gehen. Und dann gehen wir gleich mal rein. So, hier machen wir noch kurz den Minenwerfer platt. Ja, da hätten sie nicht unbedingt hin gemusst. Aber okay. So. Ich habe jetzt nicht irgendwie meine Kobis, wer weiß, wie gedroppt. CB mit der CB habe ich, ganz ehrlich, habe ich gar nicht mehr gerechnet, weil ich mir dachte, oh, da kommt nichts mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier haben wir noch was Gold. Auch wieder. Ich, ich droppe die Goblins hier und die rennen in eine andere Richtung da. Das ist nicht so schön. So, äh, ein Rage brauche ich hier nicht mehr raushauen. Das ist irgendwo, äh, unnötig. Krass, wie die wirklich gegen Mauern gehen. Doch noch ein Rage. Kommt. Egal. Ich hoffe nicht. Ich kaufe keinen Flächenschaden. Ja. Oh. Ihr kennt dieses, diesen Moment. Das ist einfach dieses, äh, dieses, ja. Ja. Ah, juhu. Und das kannst du in einem Commentary nicht bringen, weil du ganz genau weißt, wie es ausgeht. Du weißt das einfach. Ah ja, hier, da hatte ich einen coolen Angriff, den kann ich zeigen. Äh, da denkt wieder jeder, ich bin der Coolste und alles ist gut. Das ist auch nicht schlecht klar, weil man besser dasteht. Logisch. Weil ich mir theoretisch aussuchen könnte. Oh, der ist nicht so gut gelaufen. Ach nee, den nehmen wir mal lieber nicht. Nee. Dieses, hier, ah, scheiße, jetzt richtig gefailt. Ich könnte gerade die Tapete von der Wand reißen oder sowas. Das ist irgendwie mehr emotionsmäßig drin, wie auch immer. Ey, ich hätte echt nicht damit gerechnet, weil es ein englischsprachiger Clan ist. Aber, oh yeah. Oh yeah. So, also. Nö. Ah, Magi und Boa. Ah, ich kann gerade nicht. Nein, kann ich gerade nicht. So, hier ist es wichtiger. Äh, gucken wir uns das mal beim Niki an. Also, wir haben Rathaus 9, würde ich sagen. Da ist er, Rathaus 9. Und würde jetzt einfach mal erstmal überschlagen. Max, aber ich sehe es gleich, dass es nicht der Fall ist. Und zwar sehen wir das an den, an der Luftabwehr hier. Wir sehen es am Luftfeger. Der ist jeweils nur auf 3, sage ich mal vorsichtig. Ich muss mal gucken, ob ich den auch schon drin habe. In meiner Zettelei. Ich glaube ja. Den habe ich hier. Und den könnte man bei Rathaus 9 auf 5 haben. So wie, ja genau. Ich habe ihn ja auf 5. Ja, sorry. Das war Fail. Ähm, ich habe den auf 5. Wie sieht es mit der Zaubersportfabrik aus? Vollkommen in Ordnung. Wenn du sagst, ey, das reicht erstmal. Auch in Ordnung. Hier die Luftabwehr auch noch nicht gemaxed. Und. X-Bow ist schön mittig. Einwandfrei. Und ich finde das auch geil. Du hast das schön ausgekoppelt. Also wirklich, man muss einfach mal sagen, ausgekoppelt. Und zwar, äh, gefällt mir das richtig gut. Weil das relativ schwierig dran zu kommen ist an dein Dunkles. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, gut okay, komm hier, ich mache hier mal auf. Und dann renne ich mit Kobis rein. Den Zahn kann man sich ziehen. Das läuft nicht. Und dann wiederum zum Beispiel zu sagen, okay, ich greife mit Riesen an. Und dann rennen die Riesen einmal rum, bevor sie gegen eine Mauer gehen. Von daher ist das wirklich gut gemacht. Das ist echt gar nicht schlecht. Und ich denke, das Ding läuft. Das Ding läuft. Zumal zusätzlich halt wirklich Silber 2. Da wirst du nicht angegriffen. Also da wird gerade mal wirklich das Rathaus weggesnackt und das war's. Also richtig cool. Gefällt mir sehr gut. Warum du den King jetzt draußen zu stehen hast beim Upgrade, weiß ich nicht. Hätte ich nicht gemacht. Ist aber auch egal. Weil, wie gesagt, weiter angegriffen, denke ich, wirst du auf keinen Fall. Das ist alles safe. Queen ist auf 15. Der King geht jetzt gleich auf 15. Einwandfrei mit Level 110. Einwandfrei. Kann man gar nicht meckern. Mauern gefallen. Mir hast hier angefangen mit 9er Mauern. Hier bitte noch die 8er dann zumindest fertig machen hier. Und dann ist das okay. Ich guck mal, ob wir noch irgendwo was haben, was nicht gemaxed ist. Das sieht aber, wie gesagt, Luftfeger halt noch. Aber ansonsten sieht das schon ziemlich geil aus. Wie sieht's mit den Troops aus? Da bist du, da, 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 da. Hier, den Drachen theoretisch halt noch. Klar. Ja, Valkyre könntest du noch und Lava. Aber, wie gesagt, Lava-Hund ist auch so eine sehr spezielle Geschichte. Wenn man halt nie mit Lava-Lunien angreift, kann ich das verstehen. Da kann ich das echt verstehen. Dass man sagt, gut, okay, komm. Ich hab einfach bessere zu tun, als hier noch meinen DLX zu wasten und hier meinen Lava-Hund zu upgraden. Von daher einwandfrei. Wie viel hast du denn geklaut? Schauen wir uns das mal an. Wenn dann die Anzeige das durchlässt. Nee. Scheint sie nicht zu machen. Gut, okay. Dann spende ich jetzt nochmal kurz. Angriff kann ich ja noch nicht machen. Nee, geht noch nicht. So, Magier-Pogis. Zack. Haben wir das? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hab ja wieder jetzt zwei, drei Leutchen abgecheckt. Und wie gesagt, da seht ihr halt auch wieder, man muss wirklich nicht nur die Zeit, sondern auch wirklich den Bock drauf haben. Man muss sagen, ey, komm, hey, heute, joa, heute passt das. Ansonsten ist das qualitativ einfach Käse. So, wie gesagt, dann kommt da halt immer nur, was weiß ich, einmal in zwei Monaten einen Bogencheck. Ja. Aber, wenn ich da Bock drauf habe. Alles andere bringt gar nichts. Ist einfach so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ich weiß gar nicht, habe ich das am Anfang erwähnt? Ich habe bald wieder eine Challenge vor. Ich weiß es gar nicht mehr. Das Video ging schon so lange. Aber, also eine Challenge kommt auf jeden Fall nochmal. Das, ach komm, hier Björn, gucken wir mal. Oh yeah. Oh yeah. Alter, der Drache wurde ja richtig gebumst. Ich mache mal ein bisschen schneller. Ja klar, Drachen und Rage, logisch. Ist natürlich eine mega geile Nummer. Jetzt hier schön das Dunkle weggeballert. Und, ja, und wenn man das hier aber sieht, weißt du, dann denkt man, ja, oh, schade, schade. Das wirst du dir gezogen haben. Ich habe leider nicht gesehen, bis wie viel es ging. Obwohl, wir haben da noch eine Luftabwehr. Könnte eine tricky Nummer werden. Das wird nichts mehr. Aber, oh, schade, dass er darauf geht. Der hätte ja eher dahin gehen müssen. Aber, ganz ehrlich, was ist da übergeblieben? Vollkommen in Ordnung. Das ist, wie gesagt, Heulen auf hohem Niveau. Ganz klare Sache. Also, das passt auf jeden Fall. Das war ein cooler Abschluss. Und ich wünsche euch was. Und ihr seid raus. Und ich bin raus. Ciao, ciao.